Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Noah hat versucht, den beiden zu erklären, worum es geht, aber scheinbar glauben sie uns nicht. Und wo Spot jetzt schon wieder hin ist, der saß ja eben so wunderbar im Hintergrund und hat die ganze Zeit so süß geguckt, wissen wir auch nicht. Wir reden mal mit den beiden. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft drüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Sind die denn jetzt so unfreundlich? Das ist so unfreundlich. Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. P.S. Der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Ja, das Papier stinkt. Wir riechen einfach nochmal dran. Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund. Das mit dem Herzschlag im Rücken verstehe ich nicht. Das ist eine Umkehrung. Vielleicht ist ja auch ein echter Herzschlag gemeint von jemandem, der hinter einem steht. Das ist ganz sicher eine Umkehrung. Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalimar? Kalimar? Kalimar geht nicht unter. Nicht so lange wir am Leben sind. Dieser Abgrund könnte ja auch metaphorisch gemeint sein. So als innerer Abgrund. Vielleicht meint Janus ein Ort, an dem man sich an jemanden erinnert, den man geliebt hat. Vom Honigbaum kommen wir doch gerade. Wenn Janus dort gewesen wäre, dann hätten wir ihn doch gesehen. Hm. Scheint schon mal schwierig zu sein. Was ist mit dem heiligen Gral gemeint? Ein wundersamer, heilsamer Gegenstand, der ewige Lebenskraft verspricht. Diese falsche Königin. Meint ihr euch selbst, eure Majestät? Was ist nun? Lasst uns losgehen. Okay, scheinbar haben wir alles gefragt, was es zu fragen gab. Gehen wir runter oder gehen wir hoch? Wir gehen erstmal hoch. Dann holen wir schnell Janus. Komm, da rauf! Nein, da lang. Glaub mir, da rauf! Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Okay, wir trennen uns also wieder. Wunderbar. Wenn ich jetzt die andere Option gewählt hätte, frage ich mich, ob sie dann in die andere Richtung hätte gehen wollen. Wahrscheinlich schon. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Woher kenne ich diese Ruine bloß? Okay, wir können was schieben. Wir versuchen es mal. Hey, die lässt sich schieben. Haben wir noch was? Wir haben hier noch die Ruine an sich. Oh, die geht wieder zu. Das hier könnte die alte Bergwächterruine sein, von der Sedwicks Opa mal erzählt hat. Namen müssen Feste gefeiert worden sein. Auf einem war der Opa selbst dabei, hat sich zum Narren gemacht. und Oma kennengelernt. Da muss ich durch. Unmöglich. Da wird Janus ja wohl nicht sein. Hallo? Ideales Versteck für Tiere. Wir schauen uns einfach mal alles an. Kann ja nicht schaden. Oh, was ist das? Ein Kettenhund. Ob Janus denn da versteckt hat? Hm, und hier? Oh, der ist schon wieder. Du mich auch. Also suchen wir noch mal. Mal gucken, ob da noch so ein Käfer drin ist. Ich bringe Rini lieber keine Kerne mit. Das letzte Mal ist sie fast daran erstickt. Dann jetzt rein hier in die Ruine. Wobei, was können wir jetzt mit dem machen? Vielleicht wieder eine verschlüsselte Botschaft, die keiner versteht. Okay, also noch nichts. Wir gehen erst mal durch die Tür. Wo ist Bot? Wo treibt der sich rum? Oh, gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus, das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Okay, vielleicht sollten wir dann einfach mal zurückgehen gleich. Also ich weiß gar nicht, können wir noch raus? Müssen wir gleich mal gucken. Von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Manchmal ist ein Riss einfach nur ein Riss. Der Bolzen vom Fenster könnte auch eine Sprosse sein. Die müsste mal wieder gegossen werden. Was haben wir hier noch? Wir haben noch einen Sicherheitsbolzen, eine Kette, das Gitter. So können wir zumindest nach oben. Das ist schon mal ein Anfang. Und wupp. Was soll das? Nein. Und das ist bestimmt wieder nicht gut. Wow. Eine Riesenblüte. Und voller Pollen. Auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Nicht einatmen, nicht einatmen. Oh. Das riecht aber gut. Super riecht das. Ähm, ja. Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Und jetzt sucht die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Okay. Hallo? Ist da jemand? Nein. Niemand. Nein, natürlich nicht. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf. Unglaublich. Okay, klar doch. Wie warm sich eingebildete Sonnstrahlen doch anfühlen können. Schon komisch. Eben hat es noch geschneit. Es war kalt und dunkel. Und nun stehe ich hier im warmen Sonnenlicht des Herbstwaldes. Also runter mit uns. Erst Rini und die Pilze, jetzt nur und die Blume. Na super. Das sind Instrumente. Eine Laute, eine Panflöte, eine Triangel. Okay, jetzt können wir schon Musik machen. Nicht schlecht. Noch so eine Blume. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schlange, beziehungsweise einen Bolzen. Jemand anderes könnte sich damit vielleicht auf die Plattform schwingen. Wir versuchen das mal. Vielleicht können wir das ja auch, auch wenn das theoretisch nur jemand anders kann. Okay, das bringt uns jetzt noch nichts. Okay. Dann haben wir hier noch die Säule. In der wir nicht hochkommen. Gute Stimme. Wer ist da? Niemand. So, damit hätten wir dann aber auch alle Möglichkeiten hier drinnen gerade ausgeschöpft, wenn ich das richtig sehe. Wir versuchen mal... Da ist ja noch das Fenster. Moment. Ob man von da aus schon Janus sehen kann? Ne. Dann versuchen wir noch mal rauszugehen. Und versuchen einfach noch mal ins Lager zurückzugehen. Vielleicht brauchen wir einfach Hilfe. Da liegt das Fenster. Oh, wir können den da einfügen. Mal schauen, was passiert. Kommen wir noch nicht ran. Vielleicht können wir den da rüberschieben. Sehr schön. Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Also nicht mal ins Lager. Wir müssen nur vor die Tür. Und der Hund wirklich aus Stein. Fast wie im Zirkus. Und balancieren. Und rangekommen. Jetzt kommt da sogar wieder Wasser raus. Und das Wasser wässert die verdorrte Knospe. Und wir haben die letzte Blume. Oh. Verdammt. Und eine Schlange. Was wieder? Durchs Fenster. Hey. Ich habe genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen. Und da ist ein riesen Pilz gewachsen. Den wir scheinbar unglaublich lustig finden. So, jetzt wieder rein da. Und da ist die Lager. Jetzt steht er total neben sich. Harnflöte, laute Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Wir können aber die Musik verändern, je nachdem, was wir anklicken. Okay, aber das überspringen wir jetzt einfach mal. Achso, das ist ein Minispiel. Okay, wir versuchen es. Nein, dann versuchen wir es natürlich. Sehr schön. Ja! Ich dachte, es ging nur darum, Musik zu hören, aber das haben wir auch hingekriegt. Jetzt sind die Schlangen hier am Boden. Jetzt können wir sie bestimmt benutzen, um da hochzuklettern. Nicht bewegen. Ah, wir schlagen. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst, wenn ich oben bin. Ja, bravo, Schlangen. Na, und gleich hoch da. Schnell rauf. Tada! Und durch die Tür. Wobei, wir gucken mal durchs Fenster. Dahinter geht's den höchsten Berg hinauf. Wenn ich richtig liege, ist das die Stelle, von wo aus der Abgrund nicht tiefer sein kann. Na dann. Kaum zu glauben, wie das zieht. Da kann man sich ja den Tod holen. Gleich noch ein bisschen weiter aufmachen. Äh, zumachen. Und durch die Tür. Oh Gott, mein Schädel brummt. Oh, wieso hab ich so einen mordsmäßigen Krater? Äh, Kater. Was zum... Was stand noch mal in der Botschaft? Vom Camp aus am Krater vorbei. Janus kann nicht mehr weit sein.